Hallo zusammen, heute trainieren wir Rücken und ich schlage vor, wir verlieren keine Zeit und fangen gleich an. Als erstes müssen wir uns leicht aufwärmen und wir fangen mit dem Oberkörper an, mit dem Kopf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt schauen wir nach vorne und drehen nur den Kopf ohne Schulter nach rechts, nach links. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr schön. Jetzt bewegen wir unseren Oberkörper im Kreis. Und eins, zwei, drei, vier. Und in die andere Richtung, fünf, sechs, sieben, acht. Sehr schön. Die nächste Übung nenne ich Welle. Wir strecken die Arme nach oben, beugen die Knie und dann strecken langsam die Knie, Becken, Rücken, Arme. Ich zeige ein bisschen schneller. So eine schöne Übung. Fängt mit den Knie an. Und nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und die Hände auf die Rückseite legen. Nur die Schulter gehen nach hinten. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt langsam nach vorne. Fünf, sechs, sieben, acht. Und nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Und fünf, sechs, sieben, acht. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Und fünf, sechs, sieben, acht. Noch eins, zwei, drei, vier. Und fünf, sechs, sieben, acht. Wir bleiben länger. Eins, zwei, drei, vier. Die Augen in die Decke. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und nach vorne entspannen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr schön. Jetzt die Hände auf die seitliche Seite des Beins legen. Und wir beugen uns nach rechts. Die Hand rutscht. Und nach links. Eins, Blick nach oben. Zwei. Drei. Und vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und wir bleiben länger. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und andere Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr schön. Okay. Die nächste Übung. Wir strecken die Arme nach vorne. Kippen das Becken nach hinten. Eins. Und dann die Arme nach hinten. Becken nach vorne. Zwei. Die Arme immer gestreckt. Drei. Und vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Noch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die Hände hinter den Kopf, Rücken gerade. Und die nächste Übung ist auch eine Art Welle. Wir können die Knie leicht beugen erstmal und wir bewegen Kopf runter, Rücken wölben und dann Rücken gerade, Kopf nach oben und wieder stehen wir gerade. Knie bleiben immer angewinkelt leicht, nicht schlimm, also es passt so. Eins. Zwei. Drei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und jetzt Vorsicht, zehn und parallel zu dem Boden bleiben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und Stopp. Wir machen die Übung gleich nochmal. Ich erkläre, falls du falsch gemacht hast. Wenn wir parallel zu dem Boden sind, die Ellbogen auseinander, die Schulterblätter nach hinten schieben, wie immer eigentlich, Rücken gerade, ja, parallel zum Boden und gerade. Knie kannst du so weit beugen, wie du willst, Hauptsache dein Rücken bleibt gerade. Wir probieren nochmal, runter und Stopp und bleiben. Eins, Ellbogen, zwei, drei, Blick, Vorsicht, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und Stopp. Sehr schön. Ich werde schauen, ob du richtig gemacht hast oder nicht. Puh, okay. Wieder die Hände hinter dem Kopf und Ellbogen zusammen nach vorne und nach außen. Und wir arbeiten mit Schulterblätten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Versuch noch weiter nach außen. Acht, neun, noch weiter, zehn noch weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und entspannen. Entspannen. Dein Nacken tut nicht weh, aber ziemlich angespannt wahrscheinlich, deswegen dänen wir ihn kurz. Und andere Seite. Sehr schön. Jetzt stell bitte deine Beine breiter auseinander. Beuge dich leicht nach vorne. Die Hand steht auf dem Knie, ja, stütze ich auf das Knie. Eine Hand ist hinter dem Kopf und mit dem Ellbogen versuch deinen Arm anfassen, also berühren und dann Ellbogen nach hinten, so weit es geht. Und nochmal. Eins, zwei und drei. Eins, zwei, vier, Schulter runter. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn noch. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und vorsichtig, langsam. Andere Seite vorbereiten. Jetzt die rechte Hand geht auf das rechte Knie, die linke Hand hinter dem Kopf. Und Arm anfassen mit dem Ellbogen und öffnen. Und eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und jetzt die rechte Hand. Und jetzt die rechte Hand. Und jetzt die rechte Hand. Und langsam. Und langsam. Sehr schön. Für die nächste Übung brauchst du entweder eine Wand oder irgendeine Stange. Okay. Sehr gut. Und jetzt die rechte Hand. Sehr gut. Ihr könnt es sehen. Deswegen mache ich mit diesem Ding da, ich stelle meine Füße schulterbreit, die Hände auch schulterbreit und dann bewege ich meinen Oberkörper zwischen die Arme nach unten und wieder nach oben. Du kannst gerne schauen, vielleicht ist es nötig, dass du einen kleinen Schritt nach hinten gehst, es muss für dich bequem sein. Und wir fangen an und eins und wieder zwei, drei, versuch mit der Brust weiter runter zu gehen, vier, fünf, Beine strecken. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Porweite nach außen stecken, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Und jetzt halten wir diese Position, versuch maximale Dehnung im Schulterbereich und im Rückenbereich zu spüren. Einatmen und ausatmen. Bleiben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Stopp. Arme gleich ausschütteln. Nochmal, Vorbereitung. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und stopp. Arme wieder ausschütteln. Sehr schön. Jetzt zeige ich die letzte Übung. Vorher haben wir in diese Richtung gearbeitet. Jetzt werden wir in die andere Richtung arbeiten, um die Bewegung vom Körper zu kompensieren. Jetzt musst du mit deinen beiden Händen so Knie umfangen und das Knie drückt in die Hände rein. Rücken wölbt sich. Wir spüren die Dehnung im Schulterbereich, Schulterblätterbereich. Kopf kannst du entspannen, also Nacken. Genau, du kannst noch ein bisschen weiter unten nehmen. Versuch dein Gleichgewicht zu finden. Genau. Das stehende Bein kannst du leicht anwinkeln. Und so spürst du die Dehnung im Rücken und im Schulterblätterbereich. Andere Seite probieren. Und ungefähr so sieht die Position aus. Also sollte es bei dir auch so sein. Du kannst gerne dann auf dem Video schauen noch. Mhm. Genau. Sehr schön. Okay. Bewege deinen Oberkörper ein bisschen. Du merkst, dass es sich vielleicht etwas aufgelöst hat. Dass du sich frei spürst. Dass deine Schulterblätter viel beweglicher geworden sind. Dein Rücken und Becken. Sehr schön. Ich hoffe das Training hat dir gut gefallen. Dass dir gut geht, schreibe mir dein Feedback. Ich werde mich sehr freuen. Ich wünsche dir noch schöne Zeit und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.